Musik Ja, wir sind als TVN Rheine einer der größten Sportvereine Münsterland mit aktuell 7.000 Mitgliedern. Wir sind in den letzten Jahren stets gewachsen und gewachsen. Das bedeutete für uns auch, dass wir uns in der Verwaltung, in der Organisation, aber auch bei Sicherheitsfragen verändern mussten, neue Sachen umsetzen mussten. So nutzen wir aktuell hier auch unsere eigenen Drucker, nämlich einen Magic Card & Duo Drucker, mit dem wir die Karten hier selbst im Verein, in unserer Verwaltung herstellen. Als RFID-Karten ist das auch für unsere Mitglieder sehr hilfreich, weil sie nun berührungskontaktlos eben unsere Sicherheitskontrollen passieren können. Da wir schon seit vielen Jahren mit dem Großsportverein TVN Rheine zusammenarbeiten, wissen wir, worauf es in der Mitgliederverwaltung eines Sportvereins ankommt. Der Kartendrucker Enduro hat sich als beste Lösung erwiesen. Er bietet volle Flexibilität und kann die Mitgliedskarten schnell und individuell bedrucken. Mit Hilfe der Card Exchange Ausweissoftware können die Karten direkt im Verein programmiert und gedruckt werden. Somit ist der Verein unabhängig und eigenständig in jeglicher Hinsicht. Für den TV-Jahren war eine Codieroption fast unabdingbar, da die Eintrittskontrolle für alle leichter und schneller vonstatten gehen sollte. Also haben wir uns zusammen dafür entschieden, eine Codierung mit Hilfe eines kontaktlosen Chips hinzuzufügen. Somit sind die Anforderungen, eine schnelle und komfortable Zugriffskontrolle zu gewährleisten, bestens erfüllt. Deswegen ist es gut, dass wir durch unsere professionellen Partner Systeme im Hintergrund geschaffen haben, die unseren Sicherheitsanforderungen entsprechen und wir uns auf den Sport und auf unsere Mitglieder konzentrieren können.